Team Klimaschutz in Berlin Bei Komodo geht es darum, quasi auf der letzten Meile oder lokal emissionsfrei zuzustellen mit Lastenrädern. Das heißt, dass die Kurierdienste morgens in der frühen Stunde anliefern, das Depot, das innenstadtnah gelegen ist hier am Prenzlauer Berg und dass dann die Unternehmen von hier separat mit den Lastenrädern Pakete verteilen. Mein Name ist Dag Rüdiger, ich bin Consultant bei der LNC GmbH, Logistik Network Consultant. Wir hatten mit der Förderung des BMUs gemeinsam dieses Projekt initiiert. Das heißt also, diese Pakete kommen hier klassisch an und werden dann hier aber nochmal umgeschlagen auf ein Verkehrsmittel, was eben sehr viel kieztauglicher ist und ich glaube, das erhöht dann eben auch die Lebensqualität. Ich heiße Jürgen Mängel, ich bin hier im Land Berlin zuständig für alle strategische Fragen des Wirtschaftsverkehrs. Wir sind flexibler, wir sind mobiler, wir sind schneller vor Ort und auf jeden Fall klingeln wir. Ich bin Tobias Jahn, ich bin Fahrradkurier bei Cycle Logistics. Das Besondere ist, wir haben es geschafft, diese Wettbewerber gemeinsam auf dieser einen Fläche jetzt hier nebeneinander zur Kooperation zu bringen und das ist quasi einmalig und auch ein gutes Zeichen. Mach's klimafreundlich. Die Nationale Klimaschutzinitiative hilft dir dabei. Infos zu Förderprogrammen und mehr als 28.000 erfolgreich umgesetzten Projekten gibt's auf klimaschutz.de ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017